So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zum heutigen Video zu Lux Eterna. Ein Handkartenmanagement-Solo-Echtzeitspiel von Frosted Games, das jetzt auf der Spiel erscheinen wird. Das hier ist noch alles ein Prototyp. Ich werde jetzt einfach mal eine Partie vorspielen, dabei direkt erklären, was ich mache, warum ich das mache. Dann seht ihr gleich, wie das funktioniert. Vom Grundprinzip her geht es darum, unser Schiff, die Lux Eterna, treibt aus ein schwarzes Loch zu. Die Systeme an Bord sind schon beschädigt, haben alle nur noch zwei Lebenspunkte Energie quasi. Wenn ich so einen Würfel unter 1 drehen müsste, dann wird es halt auf die Seite hier gelegt und dann ist es ein negativer Effekt. Wenn ich einen Würfel über eine 6 drehen müsste, dann wird das System repariert. Hier in dem Fall kein Effekt. Bei anderen Dingen passieren dann teilweise irgendwelche guten Sachen, die ich erreichen will. Sprich, man sollte sich diese Karten vorher durchgucken, damit man weiß, was dreht man zuerst hoch, was nicht. Es gibt für jedes System noch diverse andere Karten, dass man da auch immer eine Varianz hat. Immer wieder neue Konstellationen. Und ja, ich würde sagen, fangen wir mal an. In der Einstiegsversion hat man 15 Minuten Zeit. In der richtigen Profiversion 12. Ich mache das Ding jetzt mal auf 12 Minuten und dann läuft die Zeit. Ich nehme halt hier vier Karten, die ich zufällig vom Stapel ziehe. Und jetzt muss ich hier jeder Position eine dieser Karten zuordnen. Und zwar gucken wir mal. Ich möchte vielleicht, ich kann das auch in einer beliebigen Reihenfolge machen. Die hier sagt an, wie weit ich mich aufs schwarze Loch zu bewege. Das ist dieser Marker. Das heißt, den lege ich hier bei Gravitation hin. Ein Feld in die Richtung ist besser als 3, 3 oder 2. Dann muss ich eines meiner Systeme beschädigen. Das ist gut. Die haben alle einen 1er Wert. Das heißt, ich kann jetzt gucken, was für Effekte hat das Ganze hier. Da könnte ich sagen, okay, den, wo ich ein System würfel, neu würfel, lege ich hier hin. Und die Karte, wo ich das ATS beschädige, lege ich da hin. Die andere Karte kommt unten in den Puffer. Jetzt werden die drei Karten abgehandelt. Die nehme ich mit in die nächste Runde. Sprich, erstmal kriege ich jetzt ATS einen Schaden. So, okay, abgehandelt. Dann hier, wirf ein System, würfel neu. Da könnte ich jetzt zum Beispiel den ATS-Würfel würfeln. Ja, eine 2 wäre cool gewesen, wenn es eine 6 gewesen wäre. Und hier gehe ich jetzt ein näher aufs schwarze Loch. Sobald ich hier im schwarzen Loch gelandet bin, habe ich verloren. Dann kommen die Karten hier alle weg. Einfach auf eine Ablage stapeln. Und ich muss durch den Stapel hier durch, bevor die Zeit abgelaufen ist. Sprich, jetzt ziehe ich wieder vier Karten, nehme die Pufferkarte auf die Hand. Und dann muss ich halt wieder überlegen, okay, was lege ich wohin? Ich muss also schnell denken, schnelle Entscheidungen treffen. Zwei Systemwürfel tauschen, plus eins auf einen Systemwürfel. Ja, alles nicht so schlecht. Dann sage ich mal hier, ein aufs schwarze Loch zulege ich da hin. Und dann gucke ich halt Energie. Die Engines kann ich um einen beschädigen. Also plus eins auf einen Systemwürfel. Die CPU um einen beschädigen, nehmen wir mal da hin. Und hier einfach plus eins auf einen Systemwürfel lege ich mal dorthin. Die bewahre ich mir für später auf. Und die hier werfe ich dann weg. Die kommt einfach aus dem Spiel. Jetzt handele ich die wieder ab. Sprich, erst die CPU um eins runterdrehen. Dann plus eins auf einen Systemwürfel. Ich drehe vielleicht sicherheitshalber die CPU mal hoch. Und bewege mich hier wieder ein aufs schwarze Loch zu. Also da sollte man vielleicht auch irgendwann was tun. Dann kommen hier die Karten weg. Und es geht weiter. Das heißt, der Kartenstapel ist nicht so riesengroß. Aber ich muss halt immer Entscheidungen treffen. Und es kommen später auch noch solche Katastrophenkarten rein. Ich weiß gar nicht, ob man da alle rein mischt oder nur vier Stück. Deswegen habe ich jetzt erst nur vier gemacht. Vielleicht ist es jetzt auch ein super easy Modus. Man kann sich das halt, wahrscheinlich kommen alle rein, signifikant schwerer machen. Gucken wir auch die vier wieder an. Zusammen mit der Karte. Jetzt muss ich wieder entscheiden. Okay, Systeme. Was hätte ich, glaube ich, gerne. Das NAV relativ schnell weit oben. Also möchte ich das gerne nicht beschädigen. CPU wäre jetzt doof. Also kann ich sagen, okay, auf die Engines ein. Dann lege ich den hier hin. Und dann gucke ich mal, was ich für Effekte habe. Plus eins. Einen Störfall entfernen. Das ist sicher auch nicht so verkehrt. Mache ich das einfach mal so. Und lege die hier in den Puffer, wo ich das nochmal machen kann. Die Karte kommt wieder raus. Und jetzt wieder die Engines gehen um einen kaputt. Das ist echt nicht so cool. Jetzt kann ich hier diesen Kartenstapel durchsuchen. Und den ersten Störfall, den ich habe, nehme ich raus. Und dann hier ein näher auf schwarze Loch zu. Fertig. Also schon einfach, aber noch einfach. Aber wie gesagt, hinten raus wird es wahrscheinlich echt kritisch. Auto Exibat editieren. Finde ich natürlich auch sehr lustig für alle, die ein bisschen älter sind von uns. Und dann auch wieder gucken. Okay. Systeme müssen alle um eins beschädigt werden. Das ist schon mal ganz gut. Drehe ein Systemwürfel. Das finde ich super. Das hätte ich gerne hier. ATS kann ich um eins kaputt machen. Und eins auf schwarze Loch zu. Und noch einen Störfall entfernen möchte ich vielleicht später machen. Die Karte kommt weg. Okay. Dann wird ATS wieder um eins beschädigt. Dann darf ich ein Systemwürfel einfach drehen. Aber nicht von einer eins auf eine sechs. Also zum Beispiel den hier auf eine fünf. Das ist auch schon mal gut. Und dann ein näher an schwarze Loch ran. Das sollte ich mal hinkriegen. Ich habe noch achteinhalb Minuten. Das seht ihr wahrscheinlich gar nicht so wirklich gut. Das reflektiert. Lassen wir das mal hier laufen. Und dann wieder vier Karten ziehen. Das ist eine zu viel. Die Karte auf die Hand nehmen. Und dann gucken. Bewege die Lux Aetherna zwei Schritte vom eigenen Horizont weg. Ist natürlich auch gut. Zwei Systemwürfel tauschen. Einen Störfall entfernen. Wirf eine oder zwei Systemwürfel neu. Das hätte ich glaube ich gerne hier. Komm. Kann ich noch kaputt machen. Und dann muss ich nur einen aufs schwarze Loch zu. Und hier das mit dem Störfall entfernen werde ich sicher gleich noch irgendwie machen. Dann kommt auch die hier wieder weg. Und jetzt gucken wir wieder. Komm. Geht um eins runter. Dann hier ein oder zwei Systemwürfel neu würfeln. Ich würfel mal. Das habe ich nicht so wirklich. Ah ne fünf. Immerhin. Die haben jetzt wieder ein bisschen Leben und Energie. Und ich bewüge mich hier ein aufs schwarze Loch zu. Da muss ich echt dringend was machen. Dann ziehen wir wieder. Vier neu. Und die Zeit rennt runter. Ich habe wieder die Auswahl aus fünf. CPU kann ich um einen reduzieren. Plus eins auf einen Systemwürfel. Störfall entfernen. Wirf ein Systemwürfel neu. Vielleicht möchte ich erstmal auf Nummer sicher gehen. Obwohl ich lasse mal Störfälle drin. Dann gucken wir uns die auch an. Also sage ich einfach okay. Ich hätte gern plus eins auf einen Systemwürfel. Dann bin ich da gleich von einer sechs. Und noch einen Schritt davon entfernt. Oh hier. Eine Null. Vier Schritte zum Ereignishorizont. Die ist auch eigentlich super. Wenn da jetzt nicht irgendwas ist, was ich nicht kenne. Wobei der Effekt natürlich auch super gut ist. Plus. Aua. Boah. Boah. Ne. Vier Schritte zum Ereignishorizont. Plus drei auf einen Systemwürfel. Puh. Das ist jetzt. Soll ich das? Ich probiere das mal aus. Mache es mal ein bisschen herausfordernder. Naft würde ich nicht kaputt machen. Da büge ich mich einfach einen drauf zu. Und LES kann ich noch um eins reduzieren. Toll. Störfall hebe ich mir immer weiterhin auf. Und jetzt zahle ich das wieder ab. LES um einen reduzieren. Das sieht schon alles nicht so gut aus. Es kann auch eine Karte kommen. Eine Ereigniskarte. Wo alle, die auf einer Eins sind, zerstört werden. Das wäre dann richtig doof. Dann gehe ich hier vier Schritte zum Ereignishorizont. Eins, zwei, drei, vier. Darf aber plus drei auf einen Systemwürfel machen. Eigentlich ist das suboptimal. Aber ich drehe jetzt einfach mal den auf sechs und auf sieben. Damit drehe ich jetzt diese Karte um. Sie triggert. Du ziehst jetzt fünf statt vier Schiffskarten in die Runde. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher. Das mache ich aber nicht, weil ich da nicht hundert Prozent weiß, wie das mit den überzähligen Karten ist. Also könnte ich sagen, okay, ich drehe den hier mal auf eine sechs beziehende sieben. Sofort drehe ein Systemwürfel auf vier und einen anderen Systemwürfel auf den Wert drei. Das ist doch gar nicht so schlecht. Das ist jetzt auch raus. Das kann ich nur beschädigen. Also kann ich sagen, den hier drehe ich mal auf eine vier und den hier auf eine drei. Und schon habe ich wieder gut Leben dazu bekommen. Ich bewege mich ein auf den Horizont zu. Und muss dann hier diese Karte, ja die hier kommen alle weg. Und dann geht es schon weiter. Fünf Minuten noch. Der Stapel ist noch relativ dick. Und gleich kommen die Störfälle. Hier liegt noch einer, der über Spezialereignisse reinkommt. Und ich glaube, ich habe sogar die Karte dafür gezogen, womit der reinkommen kann. Also würde ich mal sagen, ich versuche vielleicht mal die Störfälle rauszunäher. Ich habe mir gesagt, wir lassen die mal drin. Drehe einen Würfel um. Da wäre es natürlich ganz gut, welchen eins hätte. Das kann ich aber natürlich managen, indem ich versuche. CPU-2-Schaden wäre zu viel. Ah, ärgerlich. Dann würde ich das vielleicht doch nicht machen, weil ich würde natürlich am liebsten eine eins auf eine sechs drehen. Also kann ich sagen, hier ein System würfeln, neu würfeln, mache ich mal. LES, um eins zu reduzieren, kann ich mir auch leisten. Und ich muss dringend was am schwarzen Loch machen. Das würde mich wahrscheinlich in diesem Spiel killen. Also kriege ich jetzt das LES hier einen Schaden. Geht also nur auf eine zwei runter. Ich kann einen Würfel neu würfeln. Da versuche ich jetzt einfach mal den hier neu zu würfeln. Ja, endlich mal Glück. Auf eine fünf gekommen. Und hier ein Schritt auf den Icons-Horizont zu. Das ist natürlich nicht so super gut. Ich muss überlegen, also eine Karte ist ja eh gerade weggekommen. Sind beide ungefähr gleich. Darum hätte ich mal die weggeschmissen. Die hier nochmal behalten. Die schleppe ich jetzt schon echt lange mit mir rum. Aber ich mag auch das mit der Auto-Exit-Bad. Dann kommen die hier alle weg. Und dann müsste jetzt bald der erste Störfall kommen. Also ich habe die alle zufällig ganz unten gemischt. Dann würde mich das hinten raus richtig hart treffen. Also auch wieder gucken. Okay, ich möchte gerne auch irgendein System noch auf eine sechs bekommen. Vielleicht das ATS. Gucken, ob ich das nur machen kann. Plus eins auf den Würfel. Eine plus zwei auf einen Systemwürfel. Damit könnte ich das hier triggern. Mal gucken, was ich dann damit machen kann. ENG kann ich nicht mehr kaputt machen. Die Engines. CPU zwei Schaden. ATS zwei Schaden. Das hebt es. Machen wir mal so. Und dann legen wir den noch hier hin. Und drehe einen Systemwürfel um. Vielleicht mache ich das dann doch eher anders. Oder die Engine. Ne. Jetzt kommt die Auto-Exit-Bad weg. Das heißt, ATS bekommt zwei Schaden. Geht auf eine drei runter. Dann plus zwei auf einen Systemwürfel. Da kann ich den also gleich wieder hochdrehen. Das mache ich auch einfach mal. Dann gehe ich ein aufs schwarze Loch zu. Da muss ich jetzt dringend was dran tun. Vielleicht würde mich da auch so ein Ereignis hier gleich hart treffen. Es kommt einfach nicht. Wo sind denn die Ereignisse? Tun wir mal so. Jetzt hätte ich jetzt das Ereignis mal mitgezogen. Als vierte Karte. Dann würde ich das erst abhandeln. Bewege die Luxe nach vier Schritten zum Ereignis Horizont. Also eins, zwei, drei, vier. Ich bin jetzt richtig kurz vor Game Over. Das reflektiert zwar ein bisschen. Aber es sind noch zwei Schritte bis zum schwarzen Loch. Dafür ziehe ich jetzt gleich eine Karte nach. Und jetzt muss ich auf jeden Fall zusehen. Ja, die hier dahin, dass ich zwei Schritte wegkomme. Auf kommen, ein Schaden kann ich mir leisten. Und dann nur ein Schritt zum Horizont wieder hin. Das wird echt krass hart. Drehe ein Systemwürfel um. Ist mir gerade egal. Dann handele ich erst das ab. Ein Schaden auf das kommen Ding. Gehe runter auf eine drei. Dann bewege ich die Luxe nachher ein, zwei Schritte weg. Dann aber hier wieder einen hin. Jetzt habe ich A, nur noch zwei Minuten und noch richtig viele Karten. Und B, bin ich kurz vor Exitus. Das kann ja auch nicht immer so gut klappen wie in der ersten Partie. Schauen wir mal. Habe ich irgendwas, wo ich mich bewegen kann? Nein, nein, nein. Das ist doof. Ein Würfel meins reduzieren. Eine meins erhöhen. Das kann man mal machen als Ereignis. Ein Schaden auf die CPU. Und dann ein aufs schwarze Loch zu. Die hätte ich auch noch zur Auswahl gehabt. Aber hier habe ich dann im Zweifel nur einen Schaden auf die Engines. Ah, doof. Also, CPU geht runter auf eins. Dann kann ich Einwürfel um eins reduzieren. Zum Beispiel den hier auf eine vier. Und den hier erhöhe ich dann wieder auf eine zwei. Und dann muss ich mich hier wieder ein Feld hinbewegen. Ich hoffe, da kommen gleich noch Bewegungskarten. Und ich habe noch anderthalb Minuten. Ich sollte nicht so viel reden dabei. Der Kartenschapel wird schon deutlich kleiner. Aber wird auf jeden Fall eng. Im normalen Spiel wäre ich jetzt schon tot, weil die zehn Minuten überschritten worden werden. Also, zwei vom Ereignis-Horizont weg. Das ist gut. Ah ja, guck mal. Hier ist eine Null. Eine Treibstoff-Injektions-Kontrolleinheit. Passt auch thematisch ganz gut. Komm, hier eins hin. Hier die Null. Auf jeden Fall aufbewahren. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt halt nur schnell. Also, komm, geht um eins runter auf eine vier. Ich bewege mich hier ein, zwei Schritte weg. Ich bleibe hier einfach stehen. Also sieht das doch so aus, als wenn ich es schaffen könnte. Aber es kommt ja noch ein Ereignis, das ich lieber hätte vielleicht rausnehmen sollen. Und, na, da kommt es schon. Der Puffer ist zerstört. Dreh die Konsole auf die Rückseite. Jetzt kann ich keine Kart hier mehr aufbewahren. Die habe ich eigentlich schon auf der Hand. Hier ziehe ich eine nach. Ja, das ist jetzt natürlich Worst Case. Zwei weg. Also, hier zwei weg. Davon ist auf jeden Fall gut. Null Schaden und Null hinbewegen. Die beiden. Ich kann keine aufbewahren. Also, kommen die weg. Oh, ich bin gleich unterkommst du die nächste Karte. Also, Null Schaden. Hier eins, zwei. Null wegbewegen. Alles super. 26 Sekunden. Hilfe. Aber es ist machbar. Es sind hier noch genau... Ja, es sind hier. Ziehe ich vier Karten. Die handel ich ab. Übersprünge Aktionen ausführen in dieser Runde. Also, ziehe ich auch die nach. Dann gucken. ATS ein Schaden. Bewege weg vom Ereignishorizont. Und hier zwei wieder hin. Also, kriegt ATS ein Schaden. Runter auf die drei. Zwei Schritte weg. Zwei Schritte hin. Fertig. Puh. Das war ein Herzschlagfinale. Mit der letzten Sekunde quasi geschafft. Im Easy-Modus. Also, das... Normalerweise zwei Minuten weniger. Und hätte natürlich weniger dabei geredet. Und mir auch die Karten vorher alle genauer angeguckt. Also, man kann da schon deutlich besser werden. Man kann es sich auch schwerer machen. Man hat halt hier dieses Startfeld, wo man immer startet. Aber man kann natürlich auch sagen, okay, ich starte vielleicht hier. Oder starte irgendwie hier. Da gibt es irgendwie eine Punktewertung, glaube ich, für... Wie gesagt, ich habe die Anleitung leider nicht hier. Und wie gesagt, das hier mit den immer fünf Karten ziehen, ist natürlich auch gut. Ich weiß nicht, ob man dann zwei Karten in den Puffer tut. Oder auch mal zwei Karten wieder abwürft. Dann ist man natürlich deutlich schneller durch den Stapel durch. Also, das ist sehr mächtig. Das möchte man hochbringen. Hier zweimal keinen Effekt. Kann da nicht alles gut sein. Hier jetzt noch gegeben. Bringe ein bereits zusammengebrochenes System wieder ins Spiel. Es hat ein Systemwürfen mit einem Wert 1. Also, wenn hier eins wirklich komplett kaputt gegangen wäre, hätte ich hiermit sagen können, okay, es kommt wieder rein, ist wieder fertig, hat wieder eine 1. Und ich kann es eben auch noch versuchen, noch eine 6 hochzudrehen. Oder hier beim ATS hatten wir die Schiffskarte, die du auf der Konsole auf die Gravitation legst. Hat stets den Suchwert 1, egal was aufgedruckt ist. Das ist natürlich super gut. Dann hat man einfach immer nur eine Bewegung dahin. Kann das relativ leicht kompensieren. Ich hatte beim letzten Wochen eine Karte, wo das einfach immer am 1 reduziert ist. Wo man auch auf eine 0 hatte. Das war auch nicht so schlecht. Weil hier habe ich halt immer eine 1. Auch wenn eine 0 drauf steht, kann ich es nicht näher dahin bewegen. Und davon gibt es halt einige Karten. Also hier 4, 5 Stück insgesamt pro System. Und ihr seht, das ist auf jeden Fall machbar. Wie gesagt, ich habe jetzt auch keine Ahnung. Ich glaube, 4 von diesen Karten sind reingekommen. Wenn es mehr sind, hätte ich wahrscheinlich noch eher verloren. Da kann man dann natürlich auch, wenn man denkt, oh, es ist viel zu einfach, dann nehmt dann irgendwie alle Karten rein. Oder das ist immer nur zufällig eine raus, dass ihr nicht genau alle Ereignisse vorher sehen könnt. Und ja, also ich hatte da super viel Spaß bei. Es ist natürlich dann nur ein Handkartenmanagement-Spiel mit auch immer den gleichen Sachen. Wobei man halt teilweise eben auch immer gucken muss, aha, hier zu viel vorbewegt. Jetzt muss ich doch das nehmen. Kann das System nicht hochdrehen. Also hat immer wieder neue Probleme, die eben auch durch diese Karten auftreten können. Man kann eben auch das natürlich irgendwie auf 9 oder auf 8 Minuten runterdrehen, wenn einem das irgendwann zu leicht ist. Ohne diese Echtzeitkomponente wäre das Spiel wahrscheinlich ziemlich lahm. Aber dadurch, dass ich diesen Druck habe und mir eben auch nicht viel Zeit lassen kann, bin ich eben wirklich immer, ah, das machen, das machen. Ah, man trifft halt nicht immer die perfekte Entscheidung. Das ist eben auch ganz gut bei so einem Spiel natürlich, dass man auch eben mal Fehler machen kann. Und eben den Prozess dann, das zu lernen, auch diese Fehler zu reduzieren, immer wirklich gute Entscheidungen zu treffen, das locker zu schaffen und auch vielleicht versuchen, hier richtig viele Punkte zu bekommen oder wenig Minuspunkte oder wie auch immer das am Ende gewertet wird, ist natürlich nicht schlecht. Es gab von Luxe Aterna bisher, außer das Regel-Left, noch wenig Info. Jetzt habt ihr es einmal gesehen. Das Artwork hier ist natürlich Geschmackssache. Das ist eigentlich ja kein Artwork, das sind nur Farben auf den Karten. Also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Vielleicht habt ihr beim Zugucken mehr auf das Artwork, auf den Karten geachtet, als ich beim Spielen. Beim Spielen achtet man da null drauf, obwohl da teilweise schon echt gute Ideen drin sind oder eben auch vielleicht irgendwelche Anspielungen auf irgendwas. Ja, Science-Fiction-Fans werden da sicher mehr wissen als ich, aber ich mag den Stil durchaus. Ich mag es immer, wenn es ein bisschen anders ist. Und ja, jetzt wisst ihr hoffentlich, ob Luxe Aterna was für euch ist oder nicht, was ihr bekommt, wenn ihr es kauft. Und dann sage ich euch ja vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald und tschüss. Bis bald. 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 Bis zum nächsten Mal.